Wir sind schon 20 Minuten um Ratze fatze Mit zu glatze Ähh Ähh Burg Ähh okay Ist das nur so kurz ist Kai so Es geht noch weiter Ah schwimm 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 du Fettsack Ah was Hahahaha Hahahaha Ich hasse Wasser Level Was WTF Ach du scheiße Ich hab kein Bob mehr Hahahaha Boah ist das kacke Boah schieb dich da mal durch in mir Aber ist klar Cheatet doch nicht Nein er doch nicht Ah was sind das denn für scheiß Pflanzen In der Küche Hey der hat das genau so gemacht wie ich da Mal gucken ob das was wird Oh warum lade ich denn Ich wollte doch saven Ich wollte doch saven Da ist Köter draußen grad Wo ist denn Köter bei euch Draußen So Freustück Die höre ich sogar Ja Ja deswegen wundere ich mich ja gerade Hhhhh Wie soll das denn gehen Aua Soll ich hier nicht durchbacken wie eben Durchbacken Ja Ja Ist klar Ja Hallo Was denn Spielt das normal das Spiel Ja Spielt das Spiel normal Haha Ich spiel geil so was willst du eigentlich Haha Komm mal nimm Bei dem scheiß Pflanzen nicht lang Ich hab scheiße gesaved Ich hab scheiße gesaved Ich hab scheiße ich weiß Nein Hilfe Hilfe Das Boah Boah ey Nein Verreck immer hier Ich bin grad nur am laden immer weil ich immer verrecken bin Tröste dich Ah ok da oben bin ich jetzt eigentlich Warum Warum Da komm ich eben weiter und dann zerrecke ich Wo bist du denn Ich muss an diesen scheiß Pflanzen vorbeikommen jetzt Aber ich bin jetzt an dieser komischen Bombe vorbeigekommen da diese komischen Stern da War doch einfach War doch einfach Google Willi Oh Hammerwerfer WTF Da bist du Da bin ich schon gewesen Weil du wieder ein Suchti bist Aber du wieder ein Suchti bist Ich hab schon zwischen safe gehabt Oh nein ich sterb jetzt automatisch vom Hammer oder was Oh nein lass dir bitte safe nicht so sein Nein Nein Du kannst doch zurückspulen also Ah Na aber ich hab schon gesaved öfters Trotzdem kannst du zurückspulen Ah Wie weit kann ich denn zurückspulen Mal schauen Was ist denn zurückspulen Wie weit mach ich mal Minus Fick du mich verarschen Fick du mich verarschen Fick du mich verarschen Ne kann ich nicht Ah wo war der letzte save Nein nicht endgate Ne ich hab nicht vorher gesaved oder was Idiot Man zählt auch wenn man den Endgegner gemacht hat Nein Ach scheiße Ja du bist scheiße Der Hammer fliegt genau wenn ich schwimme Genau fliegt der bereit Kacke jetzt muss ich extra auf den Gegner nochmal machen Gut So blöd bist doch nur du Flash Ja gut haben sie gesagt ne Das kann nur der Flash schaffen Ja kann auch nur Das stimmt Ja das ist ein gutes Training Sagen wir mal so Hm gutes Training Hast du dich beide Steine mit Eimer zerstört Nein ich muss noch weiter zurück Ich hab den save grad übersaved Idiot Du bist so ein Trottel ne Weißt du das Ah wo hab ich denn zuletzt Nein Oh ich muss das bis dahin nochmal machen Ne oder Dacke du bist so ein Trottel Ah Ich tu das bis dahin wieder vorbereiten Ah Ich tu das bis dahin wieder vorbereiten Dau das zu ewig wieder Ja Deswegen saved man ja auch wenn man raus ist Da hab ich gar nicht dran gedacht Aber du ein Idiot bist Ja mob mich doch nicht Ich hab das weiter geschafft Oh Na endlich Hammerwerfer Und schön viele Kugel Willis Toll Boah Und jetzt kommen diese Fischis Na ja Dann ist das mies Scheiße Nein Nein Nicht diese Nicht diese Scheiße Schon wieder Nein Da war ich Scheiße Fuck 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 Ich ging auch schneller als erwartet Fuck 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 Fark Ja Darum Mache ich das auch Oder kann man die durch die Wand schwimmen durch die wand schwimmen will er auch noch an manchen stellen geht das der will sich noch durch packen ich weiß auch wo das geht bei den hammer gehör hat er auch gemacht genau cheater und alles cheater wieso das ist damit eingebaut geschafft das geht doch gar nicht oder kann man hier unten lang hier kommt man lang es schwimmt durch die wand durch ja hier musst du auch echt durch die wand durch schwimmen sonst so schaffst du das nicht das ist extra so gemacht jetzt das sagen sie alle scheiße kugel will ich jetzt kommt zum ende wenn ich den kugel will ich mal ordentlich ausweichen könnte ich schwimme auch noch in den arsch rein geschafft das geräusch war nicht mehr du